Volker Schwenk, grüße ich in Kairo. Das ist eine Nachricht, die über Ägypten hereingestürzt ist, die man sich nicht wünscht, die man sich auch im Oktober schon nicht wünscht, als eine russische Maschine über der Sinai-Insel abstürzte. Was sind die neuesten Erkenntnisse für den Stand momentan? Auch in Ägypten hält man sich sehr zurück, was klare Aussagen zur Unglücksursache angeht. Es ist ja noch nicht einmal offiziell erklärt, dass dieser Flug tatsächlich abgestürzt ist, dieses Flugzeug. Es gibt allerdings eine indirekte Erklärung. Die ägyptische Regierung hat ein offizielles Beileidschreiben an die französische Regierung geschickt. Das wird jedoch verstanden als sozusagen Bestätigung der Tatsache, dass dieses Flugzeug abgestürzt ist, was Experten ja im Übrigen schon länger vermuten, weil es eben so plötzlich sowohl von den militärischen wie auch von den zivilen Radargeräten verschwunden ist. Und das passiert in der Regel nicht einfach so. Aber zu den Unglücksursachen hält man sich hier sehr bedeckt. Man betont immer wieder in Ägypten, keine vorschnellen Schlüsse zu ziehen. Man hat natürlich immer noch in den Knochen gewissermaßen dieses Unglück der russischen Maschine vom Oktober. Es war keine Egypt-Air-Maschine. Das muss man an dieser Stelle immer wieder betonen. Aber dieses Flugzeug ist allem Anschein nach von einem Terrorismusakt zur Explosion gebracht worden. Und damals starben über 200 Menschen. Also das Schlimmste, was der ägyptischen Zivilluftfahrt jetzt passieren könnte, wäre ein weiterer Anschlag. Deswegen bittet man hier doch sehr darum, sich ein bisschen zurückzuhalten. Und Experten bitten darum im Übrigen auch. Denn es ist zwar sehr unwahrscheinlich, dass es einen technischen Defekt auf dieser Flughöhe gibt. Die Statistik spricht dagegen, aber ausschließen kann man es auch nicht. Darum, wir wissen noch nichts. Gibt es momentan direkte oder auch indirekte Terrorwarnungen in Bezug auf solche Entführungen oder auch vielleicht Sprengungen und dergleichen? Jeder weiß, dass in Ägypten ein Krieg herrscht zwischen der Armee und der Polizei auf dem Sinai. Und islamistischen Extremisten, die ihre Zugehörigkeit zum sogenannten Islamischen Staat erklärt haben. Dieser sogenannte Islamische Staat hat seinerzeit auch die Verantwortung übernommen für den Absturz dieser russischen Maschine über Scharmel-Sheikh im Oktober letzten Jahres. Natürlich gibt es eine latente Gefahr. Und nach dem Ereignis im Oktober gab es ja auch die dringende Anforderung und Aufforderung, an Ägypten die Flughafensicherheit deutlich zu verbessern. Nun muss man aber in diesem Falle sagen, dieser Flug startete in Paris. Also die ägyptische Flughafensicherheit wäre hier der völlig falsche Adressat. Aber nochmal, im Moment wissen wir nichts. Es findet im Moment statt, die Suche nach dem Wrack, nach den Flugschreibern, den Blackboxen. Wenn man die gefunden hat, dann kann man sie auswerten und etwas zuverlässiger reden. Was wir hier im Moment tun, das sind doch noch sehr viele Spekulationen. Ja, selbstverständlich. Aber ich danke dennoch für die Informationen für den Moment. Volker Schwenk nach Kairo und wir bleiben natürlich weiter dran und sind natürlich traurigerweise gespannt über das und auf das, was da noch kommen mag.